so hau ab hat er hat wirklich überlebt der wix ich meine der art der tolle typ dahin dahin natürlich natürlich ist auch der typ nicht untergeworfen hat natürlich gilt er mich jetzt ich meine freundschaftsfreunde gibt es hier nicht mehr also kommt spring und ich will dich jetzt auch mal hier ja du bist beste du bist du bist du bist du bist du bist du beste junge alter solo zur nächsten folge von jump down wir spielen heute jump down auf was weiß ich für eine map macht die hatten wir gestern also gestern vor allen dingen die hatten wir letztens also ich nehme die aufnahme im anschluss auf ja ich fliege zu weit das war doch perfekt das soll das denn wieso gott konzentriere dich so also ich nehme die aufnahme im anschluss auf und alle einherz 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 ich bin erster läuft bei mir mit 79 blöcken und der nächste ist bei 80 das heißt ich kann mir ein bisschen zeit lassen da hinten ist man ich kann mir ganz bisschen zeit lassen jetzt ist er wieder auf gleicher höhe ich mir ganz bisschen zeit lassen zudem dazu springen ich bin ich wieder erster springe ich einmal zu dem hier alter ist gerade ein hartes match zwischen uns beiden 1665 hat er und darunter eigentlich eigentlich nicht mehr das hat wieder zeit gekostet das hat wieder zeit gekostet wo bitte lass mich jetzt einmal gewinnen alter ich habe schon mal gewonnen nein junge das natürlich natürlich kommt dann einer wenn ich gerade mal so gut bin ich meine natürlich ich meine wenn wir mal einmal so gut ist also heißt einmal aber wenn man wenn man hat so gut ist und ganz weit unten ist schon und einfach zu dumm ist zum springen und dann ja und dann ist man einfach so gut und der macht einfach der macht einfach gut ist gut ja gut jetzt bin ich halt so gut und tschüss alter das gibt es echt nicht so solche leute die verachte ich nein es ist es ist halt das spiel also das ist das war was wirft er da was passiert da jetzt ich kenne wissen was passiert wenn man die teile wirft sollte darauf springen oder erst oder ist das näher oder ist das näher sogar noch und so ein ding das habe ich jetzt ein fallschirm ich weiß nicht ob das das ist was ich denke was das ist ich wollte gucken was ein fallschirm ist alter falls ihr wisst was ein fallschirm ist schreibt mir erst bitte mal in die kommentare denn ich würde das sehr gerne was ein fallschirm ist super mario super 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 mario ich bin wieder auf der map super mario und weiter geht's hallo ich will hier raus dankeschön so nein ja das war typisch ich ne so so hau ab hat er der hat wirklich überlebt der wichs ich meine der art der tolle typ noch als maul ähm nein jetzt bin ich da man kann man nicht einmal so ein riesen fall überleben ich brauche wieder ein fallschirm weil ich mich damit gucken was es ist nur ist hier keine ereigniskarten ereignisblocks was soll das was soll das jungs was soll das hier spielprogrammierer alter ist das spiel zum aufregender oder was geht hier ab so ich bin wesentlich letzter ich bin dritte dahin 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 natürlich ich natürlich es war auch der typ den ich untergeworfen habe natürlich gilt er mich jetzt ich meine äh freundschaftsfreunde gibt es hier nicht ne also kommt spring unter ich will dich jetzt auch mal hier ja mhm du bist beste du bist du bist du bist du bist du bist du beste junge alter so jetzt aber ich sehe nur einen im augenwinkel rum ist das ja nicht witzig das könnte ich gewesen sein wie weit ist noch 58 blöcke ich habe noch 106 wieso springe ja alles klar jetzt weiß ich wieso das war okay es ging noch es ging noch es ging noch dahin oder gleich dahin probier mal gleich dahin alles klar wir bleiben ruhig wir bleiben ganz ruhig alles wird gut solange ich die klötze treffe nein nicht so lange du wild bist na sondern solange ich die klötze treffe wird alles gut er hat noch 36 blöcke übrig alter wieso ist das gerade so komisch das spiel hier alles klar ich wollte ihm hinterher und bin einfach zu übermütig geworden dieses nicht lachen nicht lachen oh gott junge lasst mich in ruhe lasst mich in ruhe ich muss weg ich muss weg lass mich in ruhe junge jetzt treffe ich den nicht jetzt ist von seinem hohen rost gefallen ja ich zeig dir gleich mal vom hohen rost gefallen du bist platz 7 von wie viel ich glaube von 7 ne was steht da 6 von 15 steht da 6 von 15 stand da 6 von 15 1 2 3 4 5 6 7 8 ich war ein siebter von 8 also das ist das muss man auch schnee nicht mit der schlangen alter ich geb dir gleich mal schlangen teilte ich könnte wurde von getötet hat wohl seinen fallschirm vergessen kann man ihn irgendwie kurz auf vorher auf den boden werfen oder was und oder in der luft werfen dass man aufgefangen wird damit mit dem fallschirm hätte hätten wenn ich denke dass was das ist dann hätte mit dem fallschirm sofort gewonnen einfach runter und fallschirm öffnen ganz unten oder oder durchgehend sliden mit dem fallschirm je nachdem wie man ja wie man es will halt alles klar das war scheiße und und ja ich springe nicht ich springe nicht ich meine wieso sollte man springen bei jump down das heißt ja auch noch jump down ich war down auch gott müsste ich regen regen wäre nicht in ordnung aber ich muss es er hat nur ein vorsichter hat er ja gewonnen ja wieso springt er nicht wenn er wohl in einem halben herz hat er hat nur noch einen block ich meine da kann man runter gehen wahrscheinlich wartet er damit wir hatte kein flamater atomkrafter hier rechts ne atomik krafter ok komm einfach runter atomik krafter geh einfach runter Junge ich hatte auch kein flyhack mod denkst bummens mach da einen abflug ja ich mach da auch einen abflug ich meine weil weil da steht nicht mehr ein abflug mache ich ja keinen abflug ich meine ich bin doch immer noch hier alter alles klar alles klar es ging das war zu weit genau alter jetzt gehen wir runter macht die runde zu ende gleich rekt philipp da einfach voll und jump down und gewinnt dann das match was soll das denn du ich stehe doch mal junge der hat es echt hier auf mich abgesehen der hat trotzdem noch gewonnen atomic krafter da oben ist da unten ist er da oben vor allen Dingen ja bang ok ach das war schon welcher platz war ich denn jetzt ich weiß es nicht ich mache einfach mal noch eine runde ich meine das geht doch ne wir nehmen jetzt mal nicht zu super mario sondern rainbow ich hoffe jetzt rote noch einmal für rain nein t ok das ist eh zu spät gut dann machen wir super mario ja geh ok minus 28 blöcke haben alle das ist doch toll ich geh ich geh mal hier lang weil hier gibt es schwemme dann bin ich relativ weit unten wenn ich wenn ich ein erster bin dann dann habe ich schon mal mein ziel einmal geschafft war ich ja ich war schon mal erster also nicht äh mc sondern einmal rechts da ja ich mache es so mhm da ist philip wieder da ist philip ähm ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben wenn ihr ein das war sauknapp äh wenn ihr einen oh guten shader habt oh gott wenn ihr einen guten shader habt den ihr mir empfehlen könnt würde ich mich auch sehr drüber freuen wenn ich äh weil ich habe momentan halt den hier und noch ein paar andere ähm aber der ist der eine habe ich halt nur im ordner drin und mit dem kann man eigentlich fast nichts machen außer wahrscheinlich nur dann let's playen ähm ich habe jetzt das gesagt weil ich ein bisschen gereckt habe und dann habe ich das ein bisschen vertrieben dass ich auch gott gereckt habe aber dafür habe ich jetzt ich bin erster ich bin erster so jetzt ganz ruhig jetzt ganz ruhig da unten ist das ziel da unten ist das ziel bitte 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 nein ich bin nicht mehr erster nein er gewinnt er gewinnt ok er hat sowieso gewonnen er ist gestorben er ist gestorben nein das gibt es nicht weil ich dachte dass ich ganz schnell noch nach unten muss um zu gewinnen und er ist dann einfach gestorben da hätte ich ganz normal weiter ah ok merke ich mich für den nächsten ganz normal weiter spielen einfach ja das war sauknipp das war sehr dumm komm spring Junge spring in deinen Tod er hat es einfach überlebt wieso hat er es überlebt und ich nicht alter ok du bist platze 12 von 15 aber man ich werde ich wäre erster geworden wenn ich nicht so ein schüttel da gemacht hätte hier so wir haben jetzt einfach für Baum nein Baum ist ah ich weiß was Baum ist nein Baum hat gewonnen upsala das war mein Ding gerade naja ähm wir hatten Baum schon so oft aber gut ähm ich hab noch alle her ok ich hab nur ein Herz verloren bis jetzt und ich bin eigentlich relativ schnell unterwegs nach unten und jetzt äh hapert es genau wenn ich da hinspringe ne ich bin nicht erster obwohl ich so schnell runter gekommen bin ich glaube um da runter zu fallen darauf äh müsste ich volle Herzen direkt haben wie viel äh 134 bin ich alles klar alles klar ganz ruhig ganz ruhig so jetzt hier runter oh ich schlängel mich an allen vorbei ich bin jetzt zweiter äh jetzt wieder dritter jetzt muss ich hier ne dahin will ich nicht ich will dahin jetzt als nächstes aber dafür bräuchte ich ähm mehr Herzen und darum warte ich jetzt ganz ruhig ist egal wer da ist der kann jetzt jederzeit sterben und ich hoffe der stirbt auch jederzeit damit ich dann wieder erster bin oder halt zweiter dann ich warte jetzt erstmal bis ich vollgeregt bin sagen wir noch ein Herz dann dann springe ich oh Gott wie weit oben ich jetzt einfach wieder bin komm ein Herz noch nein ich muss noch nicht komm ich hätte also schon früher springen können weil ich nicht so viel verloren habe ich hab's nicht geschafft alter wie blöd muss man sein um den Sprung nicht zu schaffen wie 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 hier amputiert muss man sein um diesen Sprung nicht zu schaffen das ist doch wohl das allerletzte ja Platz 11 ich bin ich war Platz kurzzeitig 1 und so wie hier amputiert muss man sagen um diesen Sprung nicht zu schaffen alter Schwede Eis 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 schnell jetzt kommt Eis das nehme ich auf jeden Fall dran alles klar wie sieht da jetzt aus weiß hä das ist doch nicht Eis das ist doch Schlangen das ist doch Schlangen das ist doch Schlangen steht da hier was rangekommen ist ne aber das ist doch Schlangen ja mhm mhm Wasser 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 das ist kein Wasser ich weiß ey Donald Duck nein Perry das Schnabelteer bist du ähm ähm hä Donald Duck wie komm ich auf Donald Duck das ist der 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 reiche Typ ist das ähm das war scheiße oh ein Herz ein halbes sonst wär ich tot gewesen weil er hat ganz kurz nochmal ganz äh ja geh wieder hoch ich meine mhm hoch der hat nämlich ganz kurz ein Herz dahin gemacht und dann bin ich runter gesprungen oh der kommt relativ sehr nah ich glaub der ist runter wo bin ich äh ja hä wie hat der eins das kann nicht sein dass der schon eins hat der muss ja nur noch auf dem Boden dann hat er gewonnen das kann nicht sein dass der schon eins hat aber bei mir war das doch halt eben auch so der hat der eins und ist dann gestorben ich schreib weh ich hecke dein PC ähm wohin kann ich gehen wohin kann ich gehen ja ich guck jetzt erst wo ich hingehen kann das ist schlau von mir boah das war sauknapp alter aber auch saudumm weil ich jetzt wieder warten muss oh du kannst du dem da nein nicht zu dem zu dem hinter dir hinter dir ja genau ich eine Stimme sagt dir du sollst dahin springen sag dir eine Stimme also spring dahin er nimmt Anlauf und er ist ganz woanders hingesprungen aber okay wenn du meint da oben ist nichts das heißt ich müsste da problemlos hinkommen da bin ich wieder tot wenn ich da hinspringe alter irgendwie ist das grad gar nichts hier es ist grad einfach gar nichts boah ist das knapp ähm kann ich ja ich schreib wieder irgendwo auf Skype an ich sehe es grad nicht wer weil da ist ähm flaps vor also das flapsfenster aber gut ähm du hast gewonnen du hast gewonnen mein kleiner ja gut ähm kommt noch ne runde oder ich weiß es nicht ne kommt es nicht gut das heißt ähm passt ja perfekt dass er jetzt irgendwas machen möchte ich weiß nicht warum wer und wieso aber gut ähm das heißt ähm vielen dank fürs zuschauen haut rein bis zur nächsten Folge und falls euch gefallen hat lasst ein like da und schreibt einen kommentar bis zur nächsten Folge haut rein und äh ciao ciao